Korrektur Hi liebe Leute, ich bin's wieder. Ich habe wieder eine von meinen Serien, die ich hier so ein bisschen unregelmäßig bringe, Entschuldigung dafür, Fehlerfokus. Da wisst ihr, haben wir schon mal so gewisse Themen gehabt. Vordraht an Lupfen, dass die Leute oft so runtergucken dabei und all solche kleinen Details, die aber wirklich was ausmachen. Und heute nochmal ein sehr trailrelevantes wichtiges Thema, weil ihr fahrt dann immer schwierigere Trails, wo es auch sehr steil geht. Jetzt habe ich hier einfach mal eine Steilstelle. Die kennt ihr auch aus verschiedenen Videos. Die sieht im Video wieder ein bisschen flacher aus. Sie ist wirklich, sie ist schon so ein bisschen steil. Deswegen kann man schon zeigen. Und ich habe hier mein altes Fahrrad. Fehlerfokus heute. Es geht um das Thema die Kurbelstellung. Und zwar ist es so, ihr wisst ja, das Thema ist immer, die Kurbeln sollen waagerecht sein. Es gibt jetzt verschiedene Ausdrücke. Horizontal, waagerecht, könnt ihr gut erkennen. Parallel zum Kettenstreben. Wenn man in der Ebene fährt, sieht es so aus. Jetzt hat man das häufig, dass Leute was steiles runterfahren. Und wenn sie den rechten Fuß vorne haben, war vorher, hier unsere Kurbel parallel zum Hinterbau. Und dann fahren die runter. Und es bleibt so. So, dann seht ihr, es ist jetzt so steil. Das Rad steht jetzt wirklich steil. Könnt ihr gut erkennen. Hier am höchsten Punkt sieht man es noch besser. Oh, ich muss gucken, dass ich hier nicht runterfalle. Also, der Fehlerfokus heute bei den Kurbeln, die stehen ja immer waagerecht. Das heißt, wenn man in der Ebene ist, dann sind sie ungefähr, kann man gut erkennen, die hintere Kurbel ist dann ungefähr parallel zum Hinterbau. In der Ebene. Doch wenn wir jetzt eine Stahlstufe haben, so wie hier, zeige ich euch das mal kurz. So. Wenn die dann so bleibt, und das passiert oft bei Teilnehmern, oder bei Leuten, die man so fahren sieht, die Kurbeln bleiben so, wie sie vorher in der Ebene waren, bevor es steil abging. Was dann passiert, oft in Kombination, dass die Ferse nicht gut noch hängt, dass viel Gewicht auf den Lenker kommt. Weil eigentlich, intuitiv, müsste jetzt, wenn es so steil wird, das Rad kippt immer mehr in die Steilheit, könnt ihr hier gut erkennen, es wird immer steiler, müsste die Kurbel jetzt so stehen. Also. Dann ist sie immer noch horizontal waagerecht. Und das ist ein kleines Detail, was viel ausmacht, weil wir wollen ja unser Körpergewicht auf den Füßen lassen. Ich verlinke euch nochmal das Video dazu, dass man zentral bleiben soll, Körpergewicht auf die Füße, und das andere Video über die hängenden Ferse. Also nochmal zusammengefasst, das Problem ist, wenn die Kurbeln so bleiben, hinteren Kurbeln parallel zur Kettenstrebe, wie sie in der Ebene waren, und das Rad kippt in die Steilheit, dann kriegt man wieder Gewicht auf den Lenker, weil man nicht mehr das Körpergewicht schön zentral halten kann, auf den Pedalen, und am Lenker schön locker bleiben kann. Und das ist wieder ungünstig, man wird wieder mehr Passagier als Pilot. Also liebe Leute, was könnt ihr machen? Ihr könnt erstmal abfilmen, wie es bei euch aussieht. Ihr werdet sehen, bei erfahrenen Bikern dann ist das eh immer intuitiv, automatisch. Sobald das Rad in die Steilheit kippt, der Winkel des Rad, des gesamten Fahrrads, verändert sich, sind die Kurbeln auch wieder schön waagerecht. Das passt sich von alleine an. Wenn ihr merkt, oh, bei mir bleibt die Kurbel, so wie sie in der Ebene war, auch wenn es jetzt steiler wird, und ihr kriegt Gewicht wieder auf den Lenker, dann könnt ihr folgendes machen, dass ihr euch erst nochmal in der Ebene wirklich zentriert, ganz ganz locker den Lenker haltet, Ferse hängen lasst, merkt, euer Körpergewicht ist total auf den Füßen, dann sucht euch eine Zweiertreppe oder eine kleine Stufe, übertragt das, fahrt die langsam, macht das Step by Step, und man kann auch, wenn man merkt, man hat sich schon angewöhnt, dass die Kurbel so bleiben, kann man auch in dem Moment, wenn man das merkt, die Kurbel wieder ein bisschen höher, dass sie wieder leicht sind, waagerecht, aber das sollte natürlich normalerweise automatisch ablaufen, wenn man das schon als Baustelle hat, kann man mal kurz dran denken und das korrigieren. Habe ich auch häufig bei Kursteilnehmern, wo ich das dann korrigieren muss, genau, ich teile das mal. Also, sähe dann so aus, die Kurbel sind hier noch, genau, waagerecht, und wenn die dann so bleiben... ... ... ... ... ... ... Weil es jetzt so steil ist, stehen die Kurbeln und dann sind so geblieben und haben sich nicht automatisch angeglichen. Jetzt zeige ich euch, wie es eigentlich aussehen soll. Also, die Kurbel sind waagerecht, und jetzt bleiben sie auch waagerecht. Ich denke, das konntet ihr gut erkennen, wir machen es nochmal in Nahaufnahme. Also, der Fehler wäre, die Kurbel bleiben so. Wieder waagerecht. Liebe Leute, heute am kürzesten Tag des Jahres, eine kurze Folge zum Fehlerfokus. Filmt euch mal ab, guckt mal gegenseitig, wie sieht das aus, in den steilen Trails, in den steilen Abfahrten. Passt das mit den Kurbeln? Oder merkt ihr, oh, die sind eingefroren und bleiben so, obwohl sie sich eigentlich der Steilheit anpassen müssten, um waagerecht zu bleiben. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch natürlich einen guten Rutsch, falls wir uns nicht mehr sehen, auf Social Media. Macht's gut. Ciao.